Hallo YouTube, Alex von Smokestars hier. Wir melden uns aus der Winterpause zurück mit neuen Produkten und ihr erinnert euch alle noch an unser Smokestars Raw Rolling Tray. Kurz zur Erklärung, Rolling Tray ist einfach eine Bauunterlage, die erleichtert euch das Leben, wenn ihr mal am Bauen seid und ihr müsst euch nicht irgendwas aus Papier zurecht friemeln. Wir alle kennen das, das ist super nervig und hier bleibt alles in eurer Reichweite und es ist einfach viel entspannter damit. Jetzt aber zu den neuen Produkten. Wir haben das Ganze ein bisschen verkleinert. Das sind jetzt ungefähr 20 x 14 cm. Das Ganze ist von Blackleaf in coolem Design und es ist einfach transportabler. Man kann das mitnehmen, man kann unterwegs bauen. So, jetzt aber nochmal einen Größenvergleich. Ihr seht, das ist wirklich ziemlich groß und jetzt so 1 zu 1 nebeneinander, würde ich fast schon sagen, das ist mein Favorit. Also beide Artikel gibt es noch bei uns im Shop. Wie gesagt, das ist unser neues. Das ist wirklich sehr cool. Ich empfehle es euch, das einfach mal auszuprobieren. Ihr findet das wie gesagt bei uns auf Smokestars.de und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.